Hallo Freunde der Filmunterhaltung und herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film Argyle. In diesem Film geht es um die Schriftstellerin Ellie Conway, die Agenten-Romane schreibt und dort ihren Protagonisten Argyle, der dann in ihren Träumen gespielt wird von Henry Cavill. Ja, sie schreibt ihre Abenteuer und beziehungsweise seine Abenteuer. Sie schreibt mehrere Bücher und dass sie gar nicht weiß, dass sie ihre Bücher so gut schreibt, dass viele Dinge, die sie geschrieben hat, tatsächlich so passieren. Und das bringt sie dann doch teilweise dann jetzt in Schwierigkeiten, denn eine böse Organisation macht sich auf, um sie zu fangen, denn sie wollen wissen, wo dieser berühmte, berüchtigte Master-Datei ist und sie soll es angeblich wissen, wenn viele Dinge, die sie geschrieben hat, ja halt stimmen. Ja, und so muss Ellie Conway, die wird gespielt von Bruce Dallas Howard, die kennt man zum Beispiel aus den Jurassic World Filmen. Sie will einfach nur ihre Mutter besuchen und trifft dann auf Aiden, gespielt von Sam Rockwell, den man zum Beispiel aus der 2015er Film Poltergeist kennt. Und ja, Aiden, total inkognito, freundet sich mit ihr an und sie hat eigentlich so überhaupt gar keine Lust drauf. Aber Aiden gibt sie erst mal so als Fan erst mal aus. Und was sie gar nicht weiß, was er aber weiß, dass viele von dieser Organisation in dem Zug sind und sie einfach kidnappen wollen. Und damit geht der ganze Trubel dann los, denn sie merkt, dass sie nicht mehr in ihren Romanen ist, sondern dass ihre Romane jetzt echt sind und sie tiefer in der Patsche steckt, als sie eigentlich denkt. Ja, so viel ungefähr zur Story. Also das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr wilder Film. Also das muss man wirklich sagen. Der Film, der hat wirklich alles. Der Film hat ein tolles Erzähltempo. Der Film hat tolle Schauspieler. Der Film hat eine tolle Story. Also ich finde, der Film macht eine Menge richtig. Ich hatte erst Bedenken gehabt, das wird so wie The Lost City mit Sandra Bullock und Shannon Tatum. Aber nein, während The Lost City wirklich nicht gut war, ist Agile wirklich genau das Gegenteil. Der Film ist super. Also der hat so ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, so ein bisschen was von Bullet Train drin. Der Film hat so ein bisschen was, ja, halt so Agentenmäßiges drin, aber alles immer so mit so einem Augenzwinkern dabei. Also der Film kann wirklich Action, Humor, natürlich teilweise ein bisschen auch übertrieben, na klar, der Film nimmt sich nicht hundertprozentig was den Film wirklich sehr gut tut. Und Spannung ist da alles mit drin und das alles wirklich zu so einer tollen Mischung zusammengepackt, dass man sagen muss, Leute, perfekt. Also Leute, der Film macht wirklich einen Riesenspaß. Den Film kann man sich echt angucken. Und auch so wie Bryce Dallas Howard, dann von dieser Schriftstellerin, wirklich auch so dieses, dieses, ich sag mal dieses naive, unschuldige, kann man glaube ich so sagen, naiv, unschuldig und dann da in diesen ganzen Sumpf da reingezogen wird und sie einfach nur denkt, hey, ich bin auch nur Schriftstellerin und das alles und so, ey, super. Dann haben wir natürlich auch noch so ein paar andere Rollen, die ich jetzt hier nicht spoilern werde, wo ich sagen muss, ey, Leute, also da habt ihr wirklich einen absolut grandiosen Cast zusammengestellt. Ja, und John Cena spielt auch mit, weil ich finde immer noch, dass John Cena kein guter Showspieler ist, der sollte lieber wieder in den Ring gehen. Äh, aber das ist ein anderes Thema. Mit dem werde ich einfach nie warm. Also, das ist wirklich ein Film, der macht richtig Bock. Also, ich habe mir schon gedacht, gut, wird das jetzt vielleicht so eine etwas lockere Version von James Bond? Ja, so ein bisschen. Bisschen, bisschen so Agenten mäßiger Kram ist da tatsächlich drin, aber nicht so ernst und nicht so seriös, sondern wirklich locker flockig, so ein bisschen Bullet Train mäßig, ein bisschen übertrieben und alles und so. So, ey, das ist gut, das ist gut. Ja, genau so stelle ich mir unterhaltsamen Film vor und der Film geht auch mit, ähm, über zwei Stunden jetzt auch nicht kurz, aber er ist kurzweilig und das macht schon jede Menge aus. Was man wirklich sagen muss, Henry Cavill ist auch echt super in dieser Rolle und was ich definitiv, definitiv bei diesem Film hervorheben möchte, sind die Schnitte. Denn teilweise, ähm, weil sie tut ja Aiden immer mit Argyl dann immer, ähm, irgendwie immer in Verbindung bringen, weil das ja halt bald diese Agenten halt sind. Und dann machen die teilweise echt gute Schnitte, gerade bei Kampfszenen finde ich das krass, dass dann, dass dann erst Sam Rockwell zu sehen ist und dann zwischendurch wieder Henry Cavill und das switcht dann teilweise so ein bisschen, weil sie dann so ihre, ihre Fantasiewelt mit ihrer, mit der Realität dann so ein bisschen, äh, ineinander gerät. Und das machen die wirklich gut. Also wer da die Schnitte gemacht hat, boah, absolutes großes Kino, muss ich sagen. Also da ziehe ich absolut meinen Hut vor. Es ist Respekt ohne Ende. Und welche Wertung ich den Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Freunde der Film- und Gaming-Unterhaltung. Hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es alles von eurem Content Creator. T-Shirts, Hoodies, Tourenbeutel und noch vieles, vieles mehr. Und natürlich die Designs von Arts Expert. Also holt euch eins von den coolen Logos und holt euch den coolen Stuff nach Hause. Hier könnt ihr frei wählen Größe, Farbe, alles was ihr wollt. Also ran da und holt euch den Stuff. Bis demnächst. Ja, da sind wir wieder. Ja, also man muss wirklich sagen, der Film macht riesen Spaß. Also der Film ist so genial gemacht. Natürlich immer mit einem kleinen Augenzwinkern dabei. Der Film nimmt sich nicht hundertprozentig ernst. Aber genau das ist genau der richtige Weg für den Film. Genauso muss dieser Film sein. Und das will der auch sein. Der Film verliert auch nie so wirklich den roten Faden. Es wird zwar mal ein bisschen ruhiger, dann geht es mal wieder ein bisschen turbulent dazu. Aber der Film weiß immer, wo er hin will. Das ist richtig gut. Und wie gesagt, die ganzen Action- und Kampfszenen, die machen richtig Spaß. Auch wenn die teilweise, wie bei Bullet Train, teilweise auch ein bisschen übertrieben sind. Aber es ist okay. Es ist okay. Der Film unterhält. Und das ist genau das, was so ein Film machen soll. Und deswegen gebe ich diesen Film. Und ich meine das wirklich ernst. Ich gebe diesem Film zwischen vier und fünf Totenköpfen. Weil der Film genau das macht, was er machen soll. Ja, das war die Bewertung von Agile. Wenn euch gefällt, was ich mache, dann schaut doch unten in der Videobeschreibung. Dort sind ein paar interessante Links, mit denen ihr mich unterstützen könnt. Und da ist es. Ich möchte gerne versuchen, auf die 500 Abonnenten zu kommen. Helft mir doch dabei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.